Aua, nein, ich höre wieder! Okay, ich hab aber gesehen... Ich krieg die Krise mit dem Teil! Ich hab gesehen, wo du verreckt bist. Also ich glaub, die Sachen können wir wiederfinden. Nö, meine 13 Melonen! Ich krieg die Krise! So, ich hab ne Kiste gefunden. Nee, da schießt mich jetzt einer weg. Oh, der Eimer war noch mit nem Lava-Eimer gefüllt. Ach. Oh, ich bin so... Imba, Bitch. Ich hab ne Eisenbrustplatte, ne Steinspitzhacke und ein Fichtensetzling. Ich hab, glaub ich, auch ein Fichtensetzling, oder? Birkensetzling. Ja, das geht doch schon bergauf. Bald haben wir Bäume, da müssen wir nicht mehr nach Holzblöcken hüpfen. Ähm. So, wo sind deine Sachen jetzt ungef... Ah, deine Sachen vergessen wir mal ganz schnell. Ja, vor Gott sei Dank. Dafür hüpfe ich nicht so weit runter. Also ich bin ganz weit oben. Alter, dieses Skelett geht mir so auf den Senkel, vor allem. Ich komm nicht so schnell an das Ding ran, bevor mich das wegscopet hier. Melone! Melone, Melone. Eisen! Hast du auch ne Stein... Oh. Nehmt haben bei mir zwei Spinnenabgang nach unten gemacht. Nein! Mann, zwei Eisen vorkommen. Ach, da bist du ja. Wenn du dich jetzt umdrehst, bin ich da. Nehm den Bambus. Andere Seite. Also irgendwie hab ich's drauf, oder? Zu dir zu finden. Irgendwie schon. Ähm, Kohle ist da drüben. Die hol ich mir. Oh, hier ist Wolle. Wolle. Ich brauch Wolle. Ähm, hast du Wolle? Ich hab die Kandidaten Wolle abbauen. Ich hab nämlich vier, fehlen nur noch zwei für Betten. Ich hab... Da unten ist ne Kiste. Sorry, ich muss zur Kiste. Zwei Wolle. Drei Wolle. Oh, Bitch. Oh, Bitch. Goldene Spitzhacke. Wow. Und ein Aschafelohr. Ein Spawnei. Eisenschuhe und 33 mal Dreck, Alter. Komm mal hier rüber, wo ich bin. Also ein bisschen nach links gedreht. Ähm, hinter dem Holzblock bin ich. Da links sind ganz... Oder aus deiner Sicht... Guck mal jetzt nach links. Nach links, nach links. Oh. Du hast sie gesehen, oder? Wo? Ähm. Bist du noch da? Ja. Okay. Du bist grad so schweigsam. Die Sonne geht auf. Ich brauch ein Stein noch, dann hab ich ne Steinspitzhacke. Dann kann ich wenigstens schon mal Eisen abbauen. Also ich bin echt in der Ecke, oder, von uns? Hast auch die ganzen Truhen gefunden. Das Stein. Hol mir Stein. Da ist... Nein. Ich kann sogar eine Loa schaffen. Willste? Hm. Wow. Okay. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weg gehüpft. Jetzt bin ich, glaub ich, in deiner Ebene? Nee, kann nicht sein. Ich gucke gerade... Oh, das Skelett. Da ist noch ein Skelett. Ah, ich bin... Zwei Ebenen über dir. Jetzt rechts. Eisen kann man... Was ist das? Warum kann man Eisen nicht mit Gold abbauen? Kann man. Nein. Doch. Dauert extrem lang. Hm. Merkwürdig. Oh, da ist ne Melone. Melone. Äh, scheiße. So, Steinspitzhacke. I fail. For the melon. For the melon. Oh, nein. Äh. For the melon. Ah, doch, sie ist liegen geblieben. Ich hab meine Workbench. Melone. Woher kommt da so ne Säule Dreck? Das war meine Säule Dreck. Äh, haben wir langsam genügend Material, um uns ne Ebene zu bauen oder so? Hast du? Ich hab 34 Dreck. Ja, baut auch schon mal ne Ebene, da können wir machen. Na gut, zack, 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 zack. Äh, geil, ich bin, oh, bin ich ein Skiller, ich hab sogar mit Bambus angebaut. Oh, Kies ist runtergefallen. Hm, ich hol den jetzt. Ich hol noch ein bisschen was an Krims Krams. Da ist ein Zombie, verdammt, die überleben tagsüber. Ist unter dem Eisenblock was? Ja. Uuuh, Zombie, leck mich. Kann man aus Zuckerrauben was machen, ne, oder? Zucker. Bücher. Kuchen. Mit Milch, ja. Hm? Mit Milch, ja. Ja. Das wird, das wird nicht ganz so leicht, wie wir denken. Haben wir eigentlich viele Steine? Nein, ich hab gar keine. Ich hab unsere kleine Ebene gebaut. Und ich baue Rettbambus an. Da ist ne Melone. Steine brauchen wir viele, wir brauchen nämlich auch noch einen Ofen. Ich hab ja jetzt vier Wolle. Vier Wolle. Äh, ich hab ja jetzt vier Wolle. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht. So, knack. Ist unter mir was? Äh, oh, da ist aber ordentlich was unter mir abgebaut. So, vielleicht komm ich da jetzt nicht runter. Das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Hast du das eigentlich mitgenommen? Ja. Ich werfst du dir mal runter, ich bin direkt über dir. Erstmal Workbench. Und Kiste. Dann kannst du das schon mal haben. Das. 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 Wir müssen erstmal ein bisschen was sichern. Weil mein Zuckerrohr kann nicht weg anbauen. Warte, ich hab noch ein bisschen mehr. Das. 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 Eisen haben wir sechs Stück. Da war einmal ein Stück. Oh, das war gerade hinweg. Du hast dich ja echt zugemeldet. Warte, ich lass meine... Ich lass alles hier, seit ich sterbe. Ich versuche jetzt über meiner Ebene... Ach nee, ich brauch ein paar Materialien, damit ich wieder zurückkomme. Da ist eine Kohle, ganz. Wir brauchen das, falls nicht mehr, ne? Was willst du damit machen? Ich muss Kiste hüpfen und dann muss ich mich wieder hochbauen. Ach so. Hops. Bitch, baby, bitch, baby. Philipp, wir können eine Pilzkuh erschaffen. Eine Pilzkuh? Ja. Ich glaub, es war so, du kannst sie dann schieren, dann bekommst du Pilze. Dann wird sie eine normale Kuh und du hast Pilze bekommen. Scheiße, jetzt bin ich schon wieder mehr. Aber weißt du, was ich bekommen habe? 52 Mal direkt. 52 was? Dreck. In einer Truhe? Ja, da muss ich mich gar mit hochbauen, weil ich sonst sterbe. Ja, ich bin jetzt zurückkommen. Warte mal. Shit. Obsidian ist über mir. Ist klar. Ist klar. Boah, mach ich mal einfach so weg. Du trägst gleich eine Schelle. Du trägst gleich eine Schelle. Wenn du holst, pickaxe mal so. Nebenbei. Gut, ich hab keinen Bock, ey, Mann. Scheiße. Das Lay, da macht schon wieder einen Wasserfall in Abgang. Ist über unserer Plattform zufällig ein Lavawasserfall? Oder Lavafall, ja. Hoffen wir nicht. Äh, ich glaub, ich seh da einen. Eine Quelle. Warte mal. Da. Oh, geil. Bom, 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 bom. Oh, sogar grüne Dreckblöcke. Hast du die Truhe mitgenommen? Jetzt noch 36, weil der Rest verballert wurde. Die Truhe hast du mitgenommen? Nein. Na. Weißt du, was ich hab, Philipp? Ich hab ne Eisenspitzehacker bekommen. Dann musst du jetzt mal Goldfarben ein bisschen. Warum? Ähnliches. Ich muss, ich bin total ungewohnt. Ich komm mit dieser Situation nicht klar, dass die ganzen Blöcke hier einfach so schweben. Warte mal, ich nehm mal den. Na gut, die haben nur noch vier normalen Dreckblöcke. Kann ich ja auch was machen. Ähm, äh, irgendwie müssten wir uns unsere Plattform besser markieren. Dann könnte ich ein bisschen mehr auf dieser Höhen-Ebene rumhüpfen. Hust, hust. Haben wir jetzt eigentlich einen Ofen? Ne. Da ist, ist ein Pisten. Brauchen wir Pisten? Ich hab Redstone. Ah, dumm. Pau. Ich hab aber ne Frage, wozu brauchen wir eigentlich... Och, ey. Wozu brauchen wir eigentlich Gold? Für goldene Sachen. Ach. Sonst hab ich doch noch keine genaue Vorstellung. Jetzt bin ich nur noch eine Ebene über dir. Hey, da ist ja noch ne Truhe. Oder ist das die, die du gelootet hast, links von dir? Ja. Ja, also... Hm. Ähm. Da bauen wir noch ein bisschen Kohle ab. Wow. Ähm. TNT-Block. Wozu brauchst du TNT auf Solarmap? Keine Ahnung, ich hab's abgebaut. Ich hab's gefunden. Lass mich. TNT. Okay. Au. Äh, wo's um... I have the power. Ich hab ein Diamanten. Geil. Und was werden wir mit diesen Diamanten machen? Essen? Eine Jukebox draus bauen. Nein, wir werden aus den Diamanten bestimmt keine Jukebox machen. Das war noch nicht das letzte Wort in dieser Augenblick. Doch. Was? Nein. Doch. Nein. Du wirst aus dem bestimmt keine Jukebox passen. Naja, was ist denn ein besseres zum Beispiel? Diamant. Ich bezacke. Au. So eine Gülle, ey. Der ist runtergefallen. Wie soll ich denn jetzt wieder zu dir hochkommen? Weil ich deine Drecksäule abkomme. Bleib fliegend. Ah. Natürlich. Beide Dreckblöcke fallen runter. So. Hm. Hopps, sie sieht ja. Ich wollte nur ganz kurz zu fragen. Wie soll man in dieser E-Gegend Endermans jagen? Frag mich nicht. Wo ist eigentlich meine Drecktreppe? Hier drüben. Oder die auf die Plattform, oder welche meinst du jetzt? Meine Drecktreppe. Äh. Zwei nur. Geradeaus von der Treppe. Da muss ich jetzt ein Holzblock verschwinden, ey. Noch einen. So, ich will jetzt erstmal auf sicheren Boden. Ach, scheiße. Wie viel Kohle hast du denn eigentlich? Ähm. Vier. Hm, ich hab fünf. Das reicht auf jeden Fall schon, oder weise. Ja, ich hab... Ja, ich suche. Bin eigentlich grad auf... Pfff. Huh. Shit. Ähm. Sorry, ich hab das Wort vergessen. Stein. Das war Stein. Auf Stein suchen. Ich lagere schon mal ein bisschen Mut ein. Ich habe vier Steine. Ich mach uns Fackeln, damit hier nix auf der Plattform spawnt. Ich hab's... Lex. Ich hab's... Ich glaub, über Nacht wär's ganz gut, wenn ich auf die Plattform mach meinen sonstigen oder bisherigen Erlebnissen. Ja. Das hab ich. Ist meine Ausbeute des Tages. Bauen wir uns noch... Ähm... Ne Wand. Okay, Zimmer. Schlaf mal. Wär auf jeden Fall günstig. Ähm... Besten aus... Momentchen, mach ich bei uns mal einen Ofen. Einen Ofen. Da können wir schon mal Eisen verarbeiten. Mal die Hälfte der Kohle nehmen. Das Eisen. So. Es ist nicht mehr viel nach unten, aber... Oh, wir sind ungefähr genau in der Mitte. Hm. Und wir müssen... Meine Drecklöcke. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ganz knapp neben unserer Plattform oder direkt... Ja, nicht ganz direkt über uns, aber... Da oben ist eine Lava-Quelle. Schön, Lava-Quelle. Schöner wohnen. Ja, das war's aber auch schon einmal, drei Reihen, die ich hab. Kein Holz mehr? Ne, das schon. Dann brauche ich. Genau, zwei Betten... Betten nebeneinander? Warte. So, wir haben Wolle und wir haben... Wo ist das Holz? Nein, wir brauchen das Holz dann auch. Tja. Wie viel hast du verballert? Weiß ich nicht genau. Kannst du uns zu Betten bauen, ja. Außerdem haben wir noch Rohholz. Und dann habe ich da die St garage Garden. Vof course... Das Special His Change ist ... ... racias. slowing sondern ... Sie ... & ...